Let's get up friends, dritter Tag, letzter Tag. Es fängt an wie crazy, motherfuckin' crazy. Wir werden es noch schaffen, wir dachten, wir schaffen es nicht. Aber wir werden bis jetzt da sein. Heute wird einfach ein guter Tag, genau wie gestern. Deswegen seid ihr gespannt, ja. Wie ich auf jeden Fall schon mal merken konnte, dass ihr ungefähr halbe Stunde vorher drin sein sollt, wenn ihr keine Fastline habt. Und wir haben keine Fastline, deswegen, weil die Schlangen sind immer lang. Und am meisten auch an den Stoßzeiten, so 15, 16, 17 Uhr. Wenn ihr Wristband schon habt, dann geht der letzte Tag schneller, weil das ist ohne. Und das ganze Woche hinaus geht schneller dann, okay, bye. Ich hab' einen Profi jemals an meinem Handgelenk. Ich möchte kommen nach Riffen, 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 Riffen. Ich hab' einen Jungen, ein Gleich, ein Mensch, ich glaube ich. Aber wei midi so viel Mister' ich hätt' ihr das in dein Gesicht wehre dir das nicht? hardest tut und einfach nicht? Ne, ich hab'pic ر及 das gekocht, hast du gerne 부탁t? Auch in dem전, was solltest du kommen? Was ist der kahver? Das war's, 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 war's! Bitches is the only thing that I like You ain't got no life Cops with the ice, and we do this every night I make my own money, so I spin it how I like I'm just living life Can't let my mama tell it, I ain't living right Somebody come get her, she's dancing like a string She's feeling all the pain Hold up, stop! Get her, get her, get her, go That's a piece of all, you're special We're set, this could be just what you're paying This could be just what you're paying I'm just gonna have a smile now We ain't even gotten to that crazy shit Hands up, hands up, hands up, hands up This shit go like this right up My dreams go cold, I'm wondering why I'm not a man at all 3.5 clouds out of my window You know I think I'll go so, so, so I gotta give this what I mean Cause you are unforgettable I need to get you alone Hey I'm not really true 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 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 18 19 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 23 Das war's für heute. Und wir hatten einen großartigen dritten Tag. Jetzt haben wir die Herausforderung, dass sie klappen. So Leute, somit ist der dritte Rolling Loud Day auch vorbei. Ich würde sagen, dass gestern und heute die besten Tage waren. Ich glaube sogar... Nein, Freitag war auch sehr stark, weil wir in erster Reihe waren. Ich weiß gar nicht, welcher Tag am besten war, aber heute war auch sehr, sehr stark. Wir haben es zu Reezy geschafft. Es gab so eine Zeitverschiebung, aber wir waren leider ganz hinten. Es war trotzdem gut. Da sind wir rübergegangen zu... So wie sind wir rübergegangen? Ja, wir sind dann rübergegangen zu Ski-Mask. Und dann haben wir uns aufgeteilt, weil Hennus ist rübergesprungen zur zweiten Barrikade. Und ich auch. Und er ist dann sogar noch zur ersten gesprungen. Und die haben schon bei der zweiten verloren, weil er ist zuerst gesprungen. Und da bin ich irgendwann mal auch losgegangen. Wir wollten halt schon mal drinnen sein. Was ich sagen wollte, ist, wir wollten halt drinnen sein für Travis. So früh wie möglich. Dann war halt Rays Murd. Waren wir hinten und dann zwischendrin sind wir dann gesprungen. Damit wir für Travis vorne waren. Und dann war ich halt für Travis zweite Barrikade. Das war verrückt. Travis Scott live. Sehr, sehr stark. Aber er kam sehr zu spät. Mehr als eine Stunde. Und konnte dann nur 40 Minuten auftreten oder kürzer sogar. Also nur ein paar Songs. Bis zum nächsten Mal. Yeah, yeah.